Für die landesweite Übergabe der Meisterbriefe für den Beruf Hauswirtschaft hatte das Tübinger Regierungspräsidium in die Festhalle nach Rottenburg eingeladen. 41 Frauen und ein Mann haben es nämlich geschafft. Sie haben ihre Meisterprüfung erfolgreich abgeschlossen. Regierungspräsident Klaus Tapeser betonte die Wichtigkeit des Berufs. Immer weniger Menschen seien in der Lage, die hauswirtschaftlichen Leistungen selbst zu erbringen. Dazu brauche es gut ausgebildete Fachkräfte.